hallo und herzlich willkommen meine lieben lieblingszuschauer welcome back to tales of systeria wir spielen genau da weiter wo wir aufgehört haben nämlich am ende dieser komischen ruin ach verdammt da wäre auch ein speicherpunkt gewesen ganz vergessen das ding ist egal ich habe nicht egal ich habe nämlich davor ein schnell speichern gemacht und das ist mitunter gefährlich weil ich habe keinen bock alles noch mal neu zu spielen ist mir schon viel zu häufig passiert in solchen spielen in einigen war dann echt meine grundregel speicher an jedem punkt an dem du auch ankommst jaっと出られた Wie geht's das jetzt, Suley-san? Ich glaube, dass ich nicht in der Kirche bin. Oh, ich dachte, Mikulio hat mir gesagt, dass ich mich zurückgekehrt habe. Ich glaube, dass ich mich nicht in der Kirche bin. Ich glaube, Mikulio hat mir gedacht, dass ich mich nicht in der Kirche bin. Das ist auch nicht wahr, wenn ich mich nicht in der Kirche bin. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht in der Kirche bin. Ich bin ja so schwer, dass ich mich vor dem Kirche bin. Das ist wahr, dass ich mich nicht in der Kirche bin. Aber warum ist das so schnell? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht in der Kirche bin. Ich habe mich nicht so angekommen, dass ich das Problem habe. Ich habe mich auch nicht nur zu gefährdeten, Mikulio. Warum? Ich bin nicht nicht so sehr. Ich kann mich glauben, Mikulio. Ich bin nur so dumm. Ich verstehe! Also, Mikulio ist währenddessen mit dem Zurei-San mit dem Zurei-San befestigend, weil er nicht zurückgekehrt ist. Und er hat auch keine Probleme gemacht. Wie geht's das jetzt, Zurei-San? Es ist ein bisschen wunderschön, Lai-Ra. Ich glaube, das ist so. Ich möchte das mit Alisha-Ali-Sia, erst einmal. Ich habe den Knife mit dem Schrauben geöffnet. Ich habe das erste Mal bei Alisha-Ali-Sia gesehen. Ich denke, es ist eine große Sache, und ich denke, dass es sehr wichtig ist. Ich möchte, bevor ich mich mit dem Schrauben wiederholen. Genau. Also, man muss ich mir vorstellen, was ich? Ich werde mich über die Geschichte erzählen, was ich? Oh, das stimmt. Ich möchte mich auch über die Arisha zu erzählen. Das ist gut, ich gehe in die Wohnung von Arisha. Ja, also zunächst, ich finde Layla echt immer geiler und geiler, die ist so knuffig die alte und was halt cool an mir ist, wenn sie dann anfängt so schnell zu reden und sich so Sorgen macht und aaaaaaah, was ich gerade aber an dieser Unterhaltung viel cooler fand, deswegen halte ich hier kurz an, weil da ist ja schon wieder die nächste, dieses Freundschaftsthema, das finde ich super cool, Freunde sind mega wichtig, in diesem Sinne, viele, viele Grüße an die Jungs und auch Feli aus dem Chaos Club und ich hab euch lieb, ihr Spackos. Was ist das, was ich? Ich bin sehr dankbar, ich bin sehr dankbar. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gesagt, dass wir uns auch sagen. Ich dachte, dass wir uns erst mal wieder zurückkommen haben. Na, Na... Du bist vielleicht auch nicht so? Ich habe mich mit dem Sprachstuhl gesprochen. Ah, äh... Ja, ich bin ein Mann mit dem Geist. Ich bin ein Mann mit dem Geist. Ich habe nicht gedacht, dass ich nur ein Mann mit ihm bin. Ich habe mich geholfen, aber ich bin nicht so. Ich habe mich geholfen, aber ich habe mich geholfen. Was ist das, was ich mir noch? Oh, ich habe mich noch nicht mit dem Geist. Ich habe mich noch mit dem Geist, wie ich mich mit ihm bekomme. Ich kann mich mit meiner Frau und Frau nicht so sein. Ich seh nichts. Schwarzes Brot. Sorry, ich musste jetzt auf A drücken, weil ich einfach kein Bild mehr hatte. Verdammte Axt. Hate. Sie waren aber nicht. Ich habe mich ein bisschen schuld. Ich hatte alle alle in Izuchi sehr rüber. Ich habe immer gegründet. Man ist nur bei своей Sura. Ich habe immer gegründet. Ja, aber... Ja, ich bin schon wieder an dem Punkt, wo ich sagen muss, es ist ein bisschen dolle viel Laberababer, das halt nicht unbedingt super wichtig ist. So wie das gerade mit Oh, ich hab einen Hirten als Freund. Oh, lass uns einen trinken. Bla und blub. Komisch finde ich auch, dass wir jetzt zu Alicia müssen und echt sozusagen auf Mikleo scheißen. Jetzt nochmal die Freundesthematik und es ist cool und er weiß, er kann ihm vertrauen und tut es auch. Kennt ihn so gut, dass er weiß, ihm passiert nichts und bla und blub. Aber ganz ehrlich, es kann ihm schon was passieren. Ich glaube, Alicia war rechts irgendwo zu finden. Da haben sie Alin, ja. Weil, letztendlich die allererste Minute des Spiels, da sind die gefallen und gefallen und gefallen und waren plötzlich an einem Ort, wo es ein bisschen tricky war mit diesen scheiß Spinnen. Lass das mal hier passieren. Das muss ja nicht immer heißen, nur weil jemand bedacht ist und weil jemand weiß, welche Risiken er eingehen kann, welche nicht, dass er nicht zufällig trotzdem mit diesen Risiken stolpern kann. Ist ein bisschen strange, dass du... Aber mein Gott. Wir gehen zu Alicia, was soll's. Och Mann, und nochmal um diese scheiß schwarzen Szenen da zu erwähnen. Ich habe die Energieeinstellung meines PCs sogar geändert. Dahingehend, dass ich ihm gesagt habe, nee, erst nach drei Stunden gehst du in den Modus und dieses und jenes. Aber es hat irgendwie nicht wirklich geholfen. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr und ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr bereitstehung. Ich glaube, dass ich mich überraschend bin. Ich habe keine Angst, wenn ich etwas verabschiede. Ja. ...Surei! Wie? Hallo! Ich glaube, ich werde wiederkommen. Ich habe mich geholfen. Ich bin schon wieder zurück. Ich habe mich geholfen. Ich habe den Schuss-Sein take place, Bordel. Der Highlander-Kommon-Kommon-Kommon-Kommon-Kommon. Ich bin tonight. Du hast einen Myers-Die Kraft gegeben. Es geht nicht um友жender. Ja, auch natürlich. Ich muss auch sagen, und an dieser Stelle, meine Freundin würde sich jetzt vielleicht niemals sehen. Ich liebe dich, Schatz. Alles gut, aber die Alte ist richtig sexy. Ich glaube, das ist einiges an. Ich habe den Eindruck. Das ist mir gefreut. Oh ja, ich habe den Eizusch. Ich habe mich irgendwie aus dem Eizusch. Aber das war eine Frau, die Alte. Ich habe mich von meinem Haus geheimt. Ich bin schon wieder zurückgekehrt. Ich bin sehr dankbar, Schrei. Oh, Laila-sama Laila? I'll explain, so please put your hand together Laila is telling me, can you please put your hand together? Oh Hello, Alicia, are you listening to me? Yes, I can hear you, Laila I'm still breathing... You can't make any sense of the energy of Slay Even if you don't have any sense of the same, you can make the same I don't think this changes, but... I'm sure you're not saying that, but after the conversation, I'm not sure what you're saying It's interesting to see that, but... Ja. Also, ist es gut? Ja, das war. Laira hat eine Arbeit für Alicia. Ich würde mich? Ich würde mich für die Kraft geben, um die Welt zu finden. Was ist das, was das? Erstens, wir müssen uns über diese Welt sprechen. Oh, ja. 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 Oh, ja.